Der Beta-Vlog ist der zweite Arc in Chainsaw Man und umfasst die Kapitel 5 bis 13, die ihr in Chainsaw Man Band 1 und Band 2 lesen könnt. Doch neben dem namensgebenden Fledermaus-Teufel ist es auch ein Einführungs-Arc für meinen absoluten Lieblingscharakter Power. Und wenn ihr Power am Anfang noch nicht so wirklich mögt, dann ist das wahrscheinlich gar kein Zufall. Auch ich hatte so meine Probleme mit ihr am Anfang. Sie ist halt einer von den Charakteren, die man erstmal richtig kennenlernen möchte und dann weiß man sie auch zu schätzen. Und vielleicht hat man am Anfang auch so den Eindruck, sie könnte eine Love Interest für Denji werden, also quasi eine Konkurrentin zu Makima, die zu dem Zeitpunkt einfach viel besser aufgebaut worden ist. Auch in diesem Arc speziell und da sieht man sie mehr oder weniger als Konkurrentin und mag sie nicht so wirklich. Aber sie wird im Verlauf der Story eine andere Rolle in Denjis Leben einnehmen und ich finde das alles eigentlich auch ziemlich cool. Deswegen beginnen wir doch mal mit dem Arc, wo auch dieser Arc beginnt, nämlich auf einem Streifgang von Denji und Power. Das war übrigens Hayakabas Idee und Denji hat auch so hier so ein bisschen den Eindruck, dass man ihm Power auf die Nase gedrückt hat, um ihn weiterhin aus dieser Sonderbehörde rauszubekommen. Aki, also Hayakabas hat ja das Ziel, dass die Leute schnell wieder abhauen sollen, weil er schon so viele im Dienst verloren hat, die es nicht so wirklich ernst genommen haben. Und Denji hat am Anfang hier auch immer noch denselben Wunsch, den er hatte. Er möchte einmal ein paar Möpse anfassen und deswegen überlegt er auch gerade, wie kann er an die Möpse von Power herankommen. Denn die ist tatsächlich ein bisschen absurd. Die redet nämlich die ganze Zeit davon, was sie für ein starker Teufel ist und dass sie jetzt irgendjemanden abschlachten möchte und dass sie jetzt Blut riechen möchte. Denn der Geruch von Blut, den findet sie gut, denn sie ist ja einer der Blutteufel. Und Denji überlegt nur die ganze Zeit, okay, solange sie ja recht hübsch ist, kann ich mit dem ganzen Verhalten schon irgendwie klarkommen. Und wir bekommen jetzt hier so einen kleinen Flashback, was Makima so ein bisschen vorher gesagt hat. Sie gibt nämlich Denji einen Ausweis und sagt, geht mal ein bisschen in weniger besuchte Orte, damit Power nicht so auffällt. Denn Power ist, wie gesagt, eine Besessene. Das haben wir in den ersten Arc schon kennengelernt, wo sie am Ende nochmal kurz reingeworfen wurde. Und dadurch hat sie natürlich ein Merkmal, wo direkt auffällt, dass sie ein Teufel ist, nämlich ihre Hörner. Aber das ist wahrscheinlich das Unwichtigste an der ganzen Geschichte, denn ihr ganzes Verhalten ist halt tatsächlich ein bisschen, ja, brutal, ein bisschen asozial. Deswegen passt sie eigentlich so gut zu Denji. Und auf der ersten Seite finden sie erstmal gar keinen Teufel. Und Power meint, ja, das liegt vielleicht an ihr, weil sie ist halt ein richtig mächtiger Teufel. Und was können wir Power an der Stelle denn überhaupt glauben? Denn Power lügt nämlich recht gerne, recht häufig und im Grunde muss man alles anzweifeln, was Power mehr oder weniger jetzt aus dem Mund fällt. Denn, ja, sie ist eine schlechte Lügnerin und das fällt irgendwann halt mal auf. Aber auf einmal hat sie tatsächlich Blunte gerochen, beziehungsweise Blut gerochen und rennt auf einmal los. Und dann wechselt so ein bisschen die Szenerie zu einem privaten Teufelsjäger, der gerade Probleme hat, gegen einen Seegurkenteufel zu kämpfen. Aber hier hat Power schon die Initiative ergriffen. Sie springt von einem Dach, sie reißt sich so ein bisschen die Pulsadern auf, um einen riesigen Hammer zu erschaffen. Und schon im Sprung von diesem Dach vernichtet sie den Seegurkenteufel. Das gibt erst einmal so ein bisschen Anschiss von Makima, denn das war ein privater Teufelsjäger. Und obwohl der um Hilfe gebeten hat, ja, hätte man sich da nicht einmischen dürfen. Um dieser Standpauke zu entgehen, fängt Power an zu lügen, sich zu rechtfertigen, dass Denji ihr doch den Befehl erteilt hat, den Seegurkenteufel zu töten, dass es alles nur auf seinen Mist gewachsen ist und sie ohne Befehl gar nicht gehandelt hätte, denn sie ist doch ganz vernünftig. Das war übrigens auch Makimas Erklärung, warum sie in der Sondereinheit ist, denn unter den Besessenen scheint sie ja noch ganz vernünftig zu sein. Aber wir haben sie ja schon kennengelernt. Sie ist ein bisschen ausgeflippt. Denji versucht sich natürlich hier zu rechtfertigen, dass Power hier einfach nur lügt und dass er gar nichts gesagt hat. Aber Makima lässt es erst einmal auf sich beruhen, sagt halt nochmal, hey, ihr müsst dafür sorgen, Erfolge zu erzielen, weil sonst ist halt mal schnell Schicht im Schacht mit dieser Sondereinheit und dann wisst ihr ja, was mit euch passiert. Deswegen sind sie jetzt auch direkt wieder auf Streife in einem Wohnkomplex, so sieht es zumindest aus. Und dort gibt es einen Verkaufsautomat, wo Denji sich eine Limo zieht. Eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen belanglos, aber hier können wir wieder Denjis Leben reflektieren, denn er findet das mega stark, dass man sich hier eine Limo einfach so ziehen kann. Das hatte er in seinem früheren Leben halt eben nicht. Power hingegen ist ein bisschen niedergeschlagen und er gibt dann auch so ein bisschen zu, dass sie mit Menschen nicht so gut klarkommt oder mit anderen Lebewesen, weil sie ja normalerweise instinktiv versucht, diese zu töten und dann deren Blut zu trinken. Aber es gibt ein Lebewesen, um das sie sich tatsächlich Sorgen macht, und zwar ihre Katze, die sie kennengelernt hat, Miezi. Aber Miezi, ihre Katze, wurde von einem Teufel entführt und ihr könnt euch bei diesem Arc schon denken, welcher Teufel, natürlich der Fledermaus-Teufel. An dieser Stelle erfahren wir das allerdings noch nicht. Und ja, Denji versteht das Ganze nicht. Was eine Katze, kann er gar nicht verstehen. Für einen Hund könnte er es verstehen. Und dann erzählt er ein bisschen von Poshita, dass er ja quasi so etwas wie einen Hund hatte in Form von Poshita und Poshita jetzt halt eben zu einem Teil von ihm selbst geworden ist. Das versteht Power auch nicht so ganz und sie erklärt mehr oder weniger, warum sie in dieser Sondereinheit ist und sagt, für Miezi würde sie alles tun. Sich selbst mit Menschen zu verbünden, um Miezi wieder zurückzubekommen. Und hier, ja, riecht mehr oder weniger Denji seine Chance und sagt, ja, okay, er kann das mit der ganzen Katzensache immer noch nicht so ganz verstehen, aber wenn ich ein paar hübsche Möpse zu fassen bekomme, dann würde ich alles tun. Und Power riecht hier im Gegenzug ihre Chance und versucht, Denji hier so ein bisschen zu überzeugen, Miezi zurückzuholen. Und Denji spielt das ganze Spiel mit. Was? Dieser verdammte Teufel. Wie konnte er nur eine Katze entführen? Und Power stimmt ihm natürlich zu. Ja, genau so ist es. Dieser verdammte Teufel, den machen wir platt. Genau so ist es. Und dann machen sich die beiden auf den Weg zu dem Teufel, der Miezi entführt hat. Das Ganze findet allerdings erst am nächsten Tag statt. Und hier erfahren wir auch, was Power unternehmen muss, um die Behörde verlassen zu dürfen. Sie braucht nämlich eine Sondergenehmigung und quasi einen Aufpasser, da sie als Besessene ja doch irgendwo eine Gefahr für die Öffentlichkeit ist. Die beiden fahren mit der Bahn zu dem Teufel, der Miezi entführt haben soll. Und da kommen sie nochmal so ins Gespräch. Es geht wieder um Poshita. Und die ganze Sache mit Poshita lebt in meinem Herzen weiter, findet Power doch ein bisschen erbärmlich. Sie versteht natürlich nicht, dass das nicht sinnbildlich gemeint ist, sondern buchstäblich Poshita zum Herzen von Denji geworden ist und er sich somit halt eben in den Chainsaw Man verwandeln kann. Aber im Gegenzug findet eben Denji auch Power nicht so interessant. Er findet sie zwar ziemlich hübsch, kann sich aber nicht vorstellen, mit ihr befreundet zu sein. Und dann bekommen wir einen Schwenker zu Makima. Die steht nämlich vor einem Ausschuss und muss ihre Sondereinheit Nummer 4 rechtfertigen und sagt dort aus, dass sie zwei ganz interessante Kandidaten in ihrer Einheit hat, die viel Potenzial haben. Dann wird sie abgeholt mit dem Auto von Hayakaba und mehr oder weniger stellt er ihr die gleiche Frage, ob sie sich davon was verspricht, Leute wie Power und Denji in der Gruppe zu haben. Und sie erklärt so ein bisschen die Kräfte der Teufel. Denn jeder Teufel hat einen Namen und umso gefürchteter dieser Name ist, umso stärker ist der Teufel. Also ein Kaffeeteufel, der wäre halt nicht wirklich stark, aber ein Autoteufel, der hätte schon Potenzial, weil Leute halt eben Angst haben, vor einem Auto überrollt zu werden oder zerquetscht zu werden. Und Chainsaw Man, ja also Denji, der hat natürlich das Potenzial, zum Kettensägen Teufel zu werden, also zu einem richtig krassen Teufel. Und auf der anderen Seite ist Denji halt ein sehr kontrollierbarer Charakter. Er hat nicht viele große Träume, die er sich erfüllen möchte, kein wirkliches Selbstbewusstsein. Der kommt nicht so ganz klar mit der Gesellschaft und deswegen ist es halt am besten, den in der Sondereinheit zu haben. Dann gehen wir wieder zurück zu Denji und Power, die sind mittlerweile an ihrem Ziel angekommen und zwar an einem abgelegenen Haus. Dort soll sich der Teufel verstecken, der Mizi entführt hat und Denji fragt jetzt Power, naja, sollen wir hier so offen zu dem Haus laufen? Sollten wir da gar keinen Plan entwickeln? Oder ist das der Plan? Und Power sagt, Plan? Was für ein Plan? Und in dem Moment kommt es dann halt zum Kampf zwischen Power und Denji, den Denji halt einfach verliert, aufgrund dessen, dass er zu langsam reagiert und Power ihn K.O. schlagen kann. Das war eigentlich der Plan von Power, denn die steckt ein bisschen unter einer Decke mit dem Fledermaus-Teufel, den sie jetzt Denji quasi zum Fraß vorwirft. Der ist nämlich verletzt, verstümmelt, hat einen Arm verloren und hat sich jetzt in diesem Haus ja mehr oder weniger verbarrikadiert, denn er braucht natürlich frisches Blut, um sich regenerieren zu können. Und hier erfahren wir natürlich an der Stelle auch, warum Power das Ganze tut, denn der Fledermaus-Teufel hat Mietzi nur entführt, um Power quasi zu erpressen, ihm frisches Blut zu bringen. Und deswegen ist sie auf die Suche gegangen und hat da wenig Erfolg gehabt. Doch in Denji hat sie quasi einen Dummen gefunden, der auf ihren Trick hereingefallen ist und somit hat natürlich der Fledermaus-Teufel die Gelegenheit, Blut zu trinken. Er quetscht Denji aus, trinkt dessen Blut, regeneriert sich und zerstört dabei so ein bisschen das Hausdach, um zu zeigen, dass er wieder bei alter Stärke ist. Er ist allerdings nicht so ganz zufrieden mit Power, weil das Blut von Denji wirklich ekelhaft geschmeckt hat. Natürlich, Denji ist ein halber Teufel, er ist kein normaler Mensch, weshalb das Blut halt eben ekelhaft ist für andere Teufel und deswegen möchte er jetzt Power bestrafen. Mietzi, die die ganze Zeit in einem Käfig gesessen hat, die mehr oder weniger auch um seinen Hals gehangen hat, also von dem vom Fledermaus-Teufel, ja, den Käfig schluckt er jetzt einfach herunter und Power steht da so ein bisschen hilflos und wird als Nächste auch noch verschluckt vom Fledermaus-Teufel, quasi als Bestrafung für dieses schlechte Blut. Und der Fledermaus-Teufel, der möchte sich jetzt in Richtung Stadt auch machen, denn er muss diesen ekelhaften Geschmack aus seinem Mund bekommen, dafür ist er erstmal ein Kind und eine Jungfrau und als Nachtisch nimmt er noch eine Schwangere, weil die am besten schmecken als Nachtisch. Ziemlich kurios, was Teufel so durch den Kopf gehen. Ja, aber Denji, ja, der liegt immer noch so ein bisschen da, aber der regeneriert sich natürlich auch. Er ist ja ebenfalls ein Teufel, aber an der Stelle bekommen wir erstmal einen Flashback von Power und wie Power sich so in freier Wildbahn befindet, wenn sie halt nicht unter dem Scheffel der Sonderbehörde steht. Und da merken wir schon einmal, Power rennt die ganze Zeit nackt rum, sie sieht ziemlich verwahrlost aus, was ihr Haar betrifft, sie ist komplett dreckig am ganzen Körper und wir sehen auch ein bisschen, wie sie ihr Leben verbracht hat. Sie hat irgendwas getötet, aber in erster Linie halt eben Tiere und deren Blut getrunken und dann findet sie halt eben Miezi, die so ein bisschen abgemagert ist und da überlegt sie sich natürlich, hey, Moment mal, ich könnte ja diese Katze erstmal ein bisschen aufpäppeln, sie ein bisschen fett füttern und sie dann am Ende als Nachtisch dann verspeisen. Das tut sie auch, aber Miezi wächst ihr dann so mehr oder weniger ans Herz, weil die Katze dann natürlich auch Vertrauen in Power gefunden hat, da sie von ihr gefüttert wird und dann mit ihr schmusen will und so entwickelt quasi Power auch so Gefühle für ein anderes Lebewesen außer sich selbst. Zurück in der Gegenwart macht sich der Fledermaus-Teufel auf in Richtung Stadt, fängt an zu fliegen, an sein Bein klammert sich allerdings Denji, der ist wieder so mehr oder weniger bei Bewusstsein, beißt diesem jetzt auch ins Bein und saugt ihm das Blut aus, um selbst wieder zu Kräften zu kommen. Der Fledermaus-Teufel versteht die ganze Situation nicht, findet das nur ekelhaft, dass er jetzt hier Teufelsblut dringt, aber schon im nächsten Moment merkt er natürlich, dass Denji sich hier in den Chainsaw-Man verwandelt und der nimmt jetzt den Kampf auf gegen den Fledermaus-Teufel nur mit dem Spruch, hey, gib mir meine Möpse zurück, weil er ja einfach Power kurz vorher verschlungen hat, was ich schon ziemlich witzig fand. Hiermit sind wir am Ende von Band 1, da gibt es eine kleine Kurzgeschichte zum Zusammenleben zwischen Aki und Denji. Aki schneidet sich da einen Apfel und lässt die Schale liegen, diese Schale möchte Denji essen, das gleiche passiert mit einer Mandarine, doch am Ende kratzt sich dann halt Aki sogar ein bisschen Schorfhaut ab und auch das möchte Denji essen, aber hier ist Aki komplett dagegen und sagt, nein, das machst du nicht und er sagt, ja, aber das sind trotzdem Nährstoffe und damit fragt sich halt Aki, was er denn für ein Leben bisher geführt hat, dass er hier sogar alte Hautreste essen möchte. Finde ich eigentlich relativ interessant, die kleine Kurzgeschichte, auch wenn sie natürlich in erster Linie witzig sein sollte. Nun beginnt aber der Kampf zwischen dem Fledermaus-Teufel und Denji als Chainsaw Man. Sie kämpfen so ein bisschen über der Stadt im Flug, sie stürzen dann aber relativ schnell in ein Hochhaus, also das Dach wird dadurch zerstört und sie kämpfen dann in der obersten Etage. Dort sehen wir ein junges Mädchen und dieses junge Mädchen hat eine Schuluniform an, zumindest sieht es so aus, die Ähnlichkeit mit der Schuluniform von Asa Mitaka aus Chainsaw Man Part 2 hat. Wir lernen aber später kennen, dass das einfach nur eine Mitarbeiterin in der Firma ist. Ich fand die Parallele aber trotzdem sehr interessant. Wäre cool gewesen, wenn sich da schon was entwickelt hätte und wir hier einen Charakter hätten, der dann in Teil 2 auf dieser Schule irgendwo auftauchen könnte. Also behalten wir das mal auf jeden Fall im Hinterkopf. Vielleicht war das ja nicht nur eine Angestellte in dieser Firma, sondern die hat da einfach nur ein Praktikum gemacht. Die Welt damals war ja noch ein bisschen anders, bevor der Chainsaw Man tatsächlich öffentlich in Erscheinung getreten ist. Ja, der Bad Devil, der ist jetzt so ein bisschen angepisst von Denji, weil der sich hier zur Wehr setzt und für ihn auch ein ganz schön harter Konkurrent ist. Deswegen verlagert sich jetzt dieser ganze Kampf auf die Straße runter. Er nimmt ein Auto mit einem Kerl drin und will das nach Denji werfen und der sagt, ja, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Ja, jetzt kannst du nichts mehr machen und Denji fängt halt einfach dieses Auto auf und der Typ da drin beschwert sich natürlich und Denji sagt hier einfach, ja, mir ist das eigentlich egal. Ja, ich habe das jetzt hier nur aufgefangen, damit ich nicht verletzt werde. Der Typ da drin, der interessiert mich nicht die Bohne. Ja, also Denji, wenn es da um Retten geht, ist er eher so dabei, dass er eher die Mädels rettet, als eben so einen komischen Typ in irgendeinem Auto. Aber hier wird das schon angegriffen von einer Ultraschallwelle des, ja, Fledermaus-Teufels, der ja auch hier quasi so ein bisschen Teile von den Häusern hinter ihm zerstört. Und an der Stelle denkt der Fledermaus-Teufel dann auch, dass er diesen Kampf gewonnen hat. Doch da hat er sich zu früh gefreut, denn Denji ist zurück und hat jetzt leichtes Spiel gegen den Fledermaus-Teufel, zerschneidet ihn in kleine Stücke komplett und hat damit diesen Kampf gewonnen. Und hier merken wir auch eine spezielle Situation, denn kurz bevor Denji nämlich gewonnen hat, hat der Fledermaus-Teufel einfach Angst vor dem Chainsaw-Man, was vielleicht ihm nochmal so ein kleines Power-Up am Ende dieses Kampfes beschert hat und er somit halt eben leichtes Spiel gegen den Fledermaus-Teufel hatte. Am Ende haben wir hier eine coole Szene, denn Denji hat hier Power in seinen Armen, so wie halt eine Jungfrau in Nöten gerettet worden ist. Sie wiederum hat natürlich den Käfig mit Mizi in den Armen, was ich eigentlich eine ziemlich coole Szene finde, obwohl halt du hier den Kontrast hast, dass man komplett sich in den Gedärmen des Fledermaus-Teufel befindet. Hier an der Stelle bekommen wir dann auch nochmal einen zweiten Flashback von Power, der nochmal das erste aufgreift, wie sie mit Mizi zusammengekommen ist. und Power seit diesem Ereignis von Denji ein ganz anderes Lichtblick hat. Ja, sie sieht vielleicht hier den ersten Menschen, mit dem sie befreundet sein kann, was sie sich vorher einfach nicht hätte vorstellen können. Aber die Freude bleibt kurz, auch wenn Denji hier jubelt und sie ihn nochmal fragt, ja sag mal, warum hast du mich denn hier gerettet? Ich hab dich doch quasi dem Tode ausgeliefert. Warum hast du das getan? Und Denji bleibt halt einfach erstmal cool und sagt, ja, ich wollte dir halt an die Möpse fassen. Und das ist der einzige Grund, warum ich dich gerettet habe. Aber ich finde, das ist der Beginn einer wundervollen Freundschaft zwischen diesen beiden Charakteren. Aber wie ich eben schon gesagt habe, die Freude blieb nicht lange, denn Denji wird hier direkt schon wieder beim Jubeln angegriffen. Und zwar diesmal vom Blutegel-Teufel, der sich scheinbar im Inneren des Fledermaus-Teufels befunden hat und quasi mehr oder weniger die Frau des Fledermaus-Teufels war. Und deswegen möchte sie eigentlich Power töten und auch Miezi töten, aber Denji möchte sie verschonen, denn sie hatte so lange nach einem Mann gesucht und hat ihn dann endlich im Fledermaus-Teufel gefunden und jetzt möchte sie, dass Denji quasi ihr Boy-Toy wird. Auch eine ganz interessante Geschichte, aber der hat natürlich keine Lust mehr darauf. Was er aber auch nicht mehr hat, er hat nicht mehr genügend Blut und kann keine komplette Verwandlung mehr in den Chainsaw-Man durchführen und hat jetzt natürlich große Probleme gegen den Blutegel-Teufel zu kämpfen ohne Krampfkraft, die er natürlich durch die Kraft von Poshita in seinem Herzen, durch die Verwandlung in den Chainsaw-Man bekommen würde. Aber zum Glück wird er am Ende gerettet von Aki, der jetzt hier aufgetaucht ist und hier sehen wir dann auch die Fähigkeiten von Aki das erste Mal, nämlich er hat einen Pakt mit dem Fuchsteufel oder mit einem der Fuchsteufel und kann eine Con-Attacke einsetzen und dann taucht halt eben ein Teil dieses Fuchsteufels auf, in dem Fall der Kopf, der dann mit einem Haps quasi kurz bevor der Blutegel-Teufel Denji töten kann, diesen verschlingt. An dieser Stelle erfahren wir nochmal ein bisschen mehr über Denjis Traum, auch wenn dieser Traum nur beinhaltet, ja Möpse anzufassen, ist das halt trotzdem noch sein Traum, nach dem er streben kann und Aki wiederum, ja, der findet den Traum natürlich ein bisschen lächerlich, aber er ist genauso gut wie jeder andere Traum, während Aki ja mehr oder weniger auf Rache sind, was wir auch noch in diesem Arc erfahren werden, doch jetzt befinden wir uns erst einmal im Krankenhaus, Denji liegt im Krankenbett und Aki schneidet wie der Äpfel, aber nicht so wie bei dieser Shortcut-Story am Ende, sind die natürlich direkt komplett für Denji gedacht und Denji will auch zugreifen, aber der zieht das jetzt erst einmal von ihm weg, damit er eben nicht drankommt und versucht so ein bisschen zu erklären, was jetzt gelaufen ist, dass Denji mal so ein bisschen auf ihn hören soll, Power auch auf ihn hören soll, weil sonst funktioniert das Ganze nicht, er ist bereit, denen eine Chance zu geben, aber da muss natürlich Denji auch mitspielen und sich nicht immer so komplett querstellen und ich denke, sie kommen hier zu einer Einigung, Denji hat jetzt nicht gesagt, dass er da komplett sich bereit dafür erklärt, aber er sagt auch, er wird versuchen, es ihm nicht mehr so schwierig zu machen. Zuvor wird natürlich auch noch der Tatort, wo gegen den Fledermaus-Teufel und gegen den Bluthegel-Teufel gekämpft wurde, gereinigt und das wird von zwei Kollegen gemacht, die wir später im nächsten Arc besser kennenlernen, hier vielleicht der wichtigste Charakter, Kobeni hat hier ihren ersten Auftritt, auch ein super netter Charakter, der aber auch halt sehr, sehr fies sein kann, gerade wenn wir sie am Anfang kennenlernen werden und ja, damit sind wir dann wieder zurück im kompletten Alltag, quasi im Slice of Life von Chainsaw Man und die WG bekommt eine neue Mitbewohnerin und ihr habt das mit Sicherheit schon geraten, natürlich, es ist Power, Power zieht in die Wohngemeinschaft von Aki und Denji und das ist auch nicht so ganz, ja, ohne, denn ich habe das ja schon erklärt in den Flashbacks von Power, ihr Sozialverhalten ist halt unter aller Sau und da merkt man das auch schon, dass Power zum Beispiel sich nicht bereit erklärt, baden zu gehen, das heißt, sie müffelt nach einer Zeit, weil ihr das persönlich halt einfach egal ist, wie sie riecht, genauso wenig, wie, dass sie ihre Häufchen wegspült, sondern die halt einfach oben lässt und dann auch immer sagt, ja, ich spüle halt eben nicht, ich mache so etwas halt nicht und ja, sie bereitet eigentlich in dieser ganzen Wohngemeinschaft nur Probleme und wenn man denkt, dass Denji zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen asozial war, Power ist es halt nochmal, ja, verstärkt in dieser Version. Gerade das Zusammenleben in dieser Wohngemeinschaft mit Aki, mit Denji und mit Power finde ich eine der besten Seiten von Chainsaw Man Teil 1 zumindest, in Teil 2 haben wir diese Wohngemeinschaft nicht mehr aus Gründen, die wir später noch in Arcs erläutern werden und, ja, mir gefällt das, ja, immer wenn wir Power sehen, die beispielsweise ihr Gemüse nicht essen möchte, wie so ein kleines Kind, das aber nicht zur Seite legt oder einfach auf den Teller lässt, sondern einfach durch die Wohnung feuert und sagt, sie will nur Fleisch essen, nur Fleisch, also das sind für mich immer so ein paar positive Momente in Chainsaw Man Kapiteln, auch in späteren Arcs und ja, dass sie da nochmal so glimpflich davon gekommen sind, das haben sie alles Denji zu verdanken, denn die Sondereinheit Nummer 4 läuft ja darauf hinaus, dass sie Resultate liefern müssen und Denji hat quasi Resultate geliefert, da kommt nämlich beispielsweise nochmal dieses Mädchen, das in der Firma gearbeitet hat, mit dieser Schuluniform, die Ähnlichkeiten hat von der mit Asa Mitaka, die ein gutes Wort für ihn einlegt, weil sie gesagt hat, er hätte gesagt, sie soll sich in Sicherheit bringen oder der Mann im Auto, den er ja mehr oder weniger unfreiwillig gerettet hat und auch nochmal der Vater von dem Mädchen aus dem ersten Arc, der das Mädchen vor dem Muskelteufel gerettet hat, die haben alle ein gutes Wort mehr oder weniger für Denji eingelegt und haben dann halt auch gesehen, diese ganzen Kollateralschaden, die passiert sind, die kann man mehr oder weniger rechtfertigen dadurch, dass eben Denji seinen Job eben als Teufelsjäger macht und ich finde, das ist eigentlich ein ziemlich gutes Thema, was allerdings auch interessant ist, warum halt eben solche Themen nicht so wirklich in die Nachrichten kommen, denn das hat auch so ein bisschen was damit zu tun, dass die Leute nicht noch mehr vor Teufeln Angst haben sollen und deswegen wird das in den Nachrichten gar nicht mehr erwähnt, das ist ja auch gerade ein Thema in Teil 2 von Chainsaw Man, da wird ja nur gesagt, der Chainsaw Man hat eine Katze gerettet und alle sind glücklich, warum wird nicht über die Ereignisse, über die Tode, über die Kollateralschaden berichtet, ganz einfach, damit die Leute nicht noch mehr Angst haben dafür, deswegen werden die Nachrichten quasi manipuliert, um diese Teufel halt nicht noch weiter zu stärken. Tja, und dann ist es soweit, Denji bekommt tatsächlich seine Belohnung von Power, sie geht mit ihm zusammen auf Toilette und sagt, jetzt ist es soweit, ja, krasch, krasch, du darfst zugreifen, dreimal darfst du zugreifen, das ist deine Belohnung, eigentlich hatte ich vorgehabt, dir diese Belohnung gar nicht zu geben, weil sie dachte, die ganze Situation wird sich auch anders entwickeln, als sie sich jetzt entwickelt hat, aber er hat Miezi gerettet, er hat ihr Leben gerettet und ja, sie hat ihm ein bisschen Schere reingemacht, deswegen darf er jetzt dreimal zudrücken, er drückt das erste Mal zu, dann fallen erstmal BH-Einlagen raus und wir merken, ja, doch so gut ist Power dann doch nicht bestückt, aber sie achtet halt irgendwie doch mehr oder weniger auf ihren Körper, um ihre Reize ausnutzen zu können und beim zweiten Mal zudrücken und auch beim dritten Mal zudrücken, empfindet Denji nichts und fragt sich jetzt halt, Moment, das war's jetzt, das war alles, darauf habe ich mich so gefreut, was für eine große Enttäuschung für meinen großen Traum, den ich gehabt habe und Denji lässt sich das so ein paar Tagen durch den Kopf gehen und ist halt auch sehr niedergeschlagen, deswegen, das entdeckt auch Makima, denn jetzt sind wir wieder in der Behörde, wo er den Papierkram übernehmen muss für den Fledermaus-Teufel und daran überhaupt keinen Spaß hat und Makima erklärt ihm halt dann, dass so etwas wie Möpse berühren halt nicht zu bedeuten hat, wenn es zwischen den beiden Charakteren halt nicht so ganz funktioniert, sie sagt halt, man muss sich erstmal besser kennenlernen, man muss feststellen, wie riecht der andere, damit man den Geruch auch quasi im Sinn hat, wenn man nicht zusammen ist mit diesem Charakter und man muss jede Berührung fühlen, wie der andere schmeckt und so etwas und in dem Moment gibt ihm quasi Makima auch noch eine Belohnung, indem sie seine Hand zu ihrer Brust führt und dann ist es für Denji an dem Punkt halt eher doch etwas Besonderes und er freut sich und denkt sich dann halt, okay, dann wird mein nächster Traum halt vielleicht doch auch wieder so positiv, aber ich muss halt diesmal aufpassen, wie ich die ganze Sache angehe. Doch auch wenn der Ark jetzt hier langsam zu Ende geht, bekommen wir nochmal ein paar wichtige Informationen, denn Makima äußert jetzt einen Wunsch an Denji und sagt, ich habe einen Wunsch und wenn du mir diesen erfüllst, dann erfülle ich dir einen Wunsch, egal was es ist und Denji fragt natürlich nach, was wirklich alles auch, dass wir eventuell Sex haben können, sie sagt alles. Aber was muss er dafür tun? Er muss den Pistolenteufel zur Strecke bringen und das ist eigentlich ein unmögliches Unterfangen und an der Stelle kann ich euch schon verraten, hier bekommen wir den Hauptantagonisten des ersten Parts von Chainsaw Man vorgestellt und wir erfahren so ein bisschen, was der Pistolenteufel drauf hat. Der war nämlich insgesamt alles zusammengerechnet, nur fünf Minuten aktiv in seiner ganzen Laufbahn und hat trotzdem über 1,2 Millionen Menschen in kürzester Zeit einfach umgebracht an verschiedenen Orten auf der Welt. Deswegen ist er so gefürchtet, dass selbst überall auf der ganzen Welt Waffen verboten worden sind. Also es werden keine Schusswaffen mehr verkauft, damit die Leute keine Angst mehr haben vor Schusswaffen, um den Pistolenteufel nicht noch stärker zu machen. Und es gibt noch einen Charakter, der eine sehr persönliche Beziehung zum Pistolenteufel hat, nämlich Aki. Aki hatte nämlich auch eine Familie, mit der er eigentlich ein gutes Verhältnis gelebt hat, auch wenn die Eltern sich mehr um den kleinen Bruder gekümmert hat, weil der immer so ein bisschen renklich war. Und dann ist er mit seinem kleinen Bruder nach draußen gegangen, um zu spielen und hat dann gesagt, hey, es ist gerade Schnee, es ist sehr kalt, geh nochmal rein und hol deine Handschuhe, damit dir nicht so kalt wird. Und in dem Moment, als der Junge halt wieder zurück ins Haus gelaufen ist, wird das Haus halt komplett vom Pistolenteufel zerstört. Die drei Insassen sterben dann natürlich, außer halt Aki, der alles mit ansehen musste als kleiner Junge. Der schwört natürlich Rache gegen den Pistolenteufel und damit haben wir auch so ein bisschen die Beweggründe von Aki kennengelernt, die im nächsten Arc dann nochmal, ja, intensiver behandelt werden oder allgemein die ganze Entwicklung in Chainsaw Man von Aki wird immer etwas mit dem Pistolenteufel zu tun haben. Denn um den Pistolenteufel zu finden, und das ist halt das große Schwierige, da müssen wir Fragmente vom Pistolenteufel finden, denn diese scheinen überall auf der Welt im Umlauf zu sein. Doch die Behörde konnte schon einige dieser Fragmente sicherstellen, denn andere Teufel haben diese Fragmente gefressen, um selber stärker zu werden. Und diese Fragmente, die ziehen sich gegenseitig an und bilden dann halt wieder einen Körper. Und dieser Körper versucht natürlich zu anderen Fragmenten oder zum Hauptkörper zurückzukehren. Das heißt, der Plan sieht jetzt so aus, genug Fragmente zu finden, damit man einen riesigen Klumpen hat, um dann später halt den Pistolenteufel ausfindig zu machen und diesen dann schlussendlich dann eben auch zu besiegen. Und damit sind wir am Ende vom Bad Devil Arc, dem zweiten Arc von Chainsaw Man, einer meiner Lieblingsarcks, natürlich wegen dem großen Fokus auf meinem Lieblingscharakter Power. Und wenn ihr ihn jetzt noch nicht lieb gewonnen habt, diesen Charakter, ich kann euch versprechen, im Verlauf der Story wird er euch ans Herz wachsen. Deswegen stelle ich euch jetzt die Frage, was fandet ihr am besten im Bad Devil Arc? Wie fandet ihr den Arc allgemein? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr Chainsaw Man Videos und natürlich viel mehr Anime und Manga Content. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für euer Einschalten und Zuhören. Bleibt gesund, bleibt am Leben, bleibt Chainsaw Man gewogen, bleibt mir gewogen. Ade!